Steve Bannon, der frühere Berater von Ex-US-Präsident Donald Trump, ist wegen Missachtung des Kongresses schuldig gesprochen worden. Der ehemalige Journalist hatte zwei Vorladungen des Untersuchungsausschusses zum Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 ignoriert. Der 68-Jährige sollte zu seinen Treffen mit Trump auch den sogenannten War Room Meetings befragt werden. Bannon drohen bis zu zwei Jahre Haft und eine Geldstrafe. Das Strafmaß soll im Oktober verkündet werden.